RUNDIEN RUNDIEN FIGHT RUNDIEN Mehr ist besser, der 6 Schüsse gemacht hat und 3 Tore oder der 0 Schüsse gemacht hat und 0 Tore? 100% ne, also muss man schon sagen Jens nach links Ja, Marco gönnt ihr? Schade Oh, shit Oh, schön Jens Warte, Jens, wer macht ihn? Wer macht ihn halt wirklich? Nice Ok War das nicht schon wieder? Vorlage, Marco? Ich hab den Aufschlag gemacht und Jens klärt Ne, du hast die Vorlage bekommen Haha, Marco, wofür brauchen wir dich überhaupt noch? Wo ist eigentlich noch das Menü, wo man die Punkte und den Pingu oder so sieht? Linke, Oberricht, Taste Erste, Schulter, Taste Links Nö, bei mir nicht Naja, vielleicht ist er anders Ok Der fliegt die ganze Zeit random, ey Oh nein, Internet Ach man, fick dich doch, scheiß Internet Oh, ich glaube das nehmen wir Ja doch, das ist auf Aua Ok, zu hoch Das wird rausgenitten und zusammen ein Lead verpackt Oh, fuck Oh Ich hab gedacht, das wird das Perfekte Hüah Verdammt, ich will den pranken Hier, da gehen zwei drauf, Marco Sehr schön Oh oh Mach du Scheiße Schön, Marco Ok Ok Oh, erst 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 Oh nein Mensch What the fuck, Alter Will den noch 20 mal an der Wand berühren? Äh, ja gut Ich mein, den hätt ich halten können, ja Ja Shit Oh, guck mal Vorgelegt und selbstgemacht Alter Was hab ich denn da Wir haben schon in der Luft zerstört Oh Das Wichtigste Achtung, Marco Hab ich Nein Nein Ach shit Ich bin hinten Ja, gönn dir Wir wurden jetzt gebumst Niemand von uns Gegner No Ah, los Nein, das ist doch Jens, bist du da? Ja Ja Schon, aber Ich sprich dich Ich werd hier nur Ah Schade Äh, Marco Wo bist du? Der geht immer noch nicht Wir haben ziemlich viel Glück Aber danach nicht mehr Aber wir hatten schon viel Glück Ich will jetzt nicht sagen, dass mein Skill aufgerecht nicht so optimal war Aber wir schieben es einfach auf mir Okay Oh, ich, 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 ich Ach shit Nein, also Gut Ich geh in den Spot ohne Boost Okay Schön Ah Nicht so optimal Jetzt ist Wer auch immer Ihr müsst euch einigen Ja Ah, den ersten ausgenockt Den zweiten ausgenockt Und den anderen müsst ihr abgestauben Abgestauben Hab ich Nein Ah Willkommen Jens Oh nein Bin im Fahr Oh 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 Jens, wichtig ist gleich umdrehen Ich fahr lieber rückwärts Ich fahr lieber rückwärts, sie sieht cooler aus Oh oh Wir haben noch ein bisschen Zeit um Oh schön Probieren zu berühren Ah man Ding Häh He Nein Einfach nicht der Wicht Oh oh, Marco Oh 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 nein So wenig wie die das Tor treffen Oh Oh Das sind schon Eigentlich nicht so gut Mist Ja Ne Aber sie halten halt gut Wenigstens habe ich noch Punkte gesammelt durch Zerstörung Gibt's dafür Punkte? Ich glaub ja Nett Nein, Marco! Wir müssen nur nach vorne Hm Maun Gitt Hallo Ich fühl dich geehrt Ja Der Salzförderer Und der Captain Kupplung Oh Näh Schön Jens Oh Oh, er Oh Er hat was von seinem Bruder Die Zipfelkuh Oh Ah Schöner Name Was hat die anderen Rüstekuh mit Lars Das ist langweilig Zipfelkuh ist geil Jenska ist an Oh oh Ich bin im Tor, ich bin im Tor, ich bin im Tor Hä? Achso Hätte ich Boost gehabt, hätte ich mehr machen können, aber Oh oh Hätte ich mich da noch nicht mehr gefahren Ich habe ihn Oh shit Ja Kai, fahren Okay, fahren nicht Wir springen War doch gut Siehst du Kai, verstehst du? Aua, hallo Rückwärts fahren ist cool Mich töten anscheinend auch Ja, finde ich auch Okay Jens, komm, gönn dir, du bist allein Ach, schade Leute, könnt ihr mal den Ball halten, bitte So Oh, der Okay, Zipfelkuh ist doch ein Arsch Ja Das zuhle mal, dass der Wechsel mich killt Oh wow Marco So Kein Boost Oh, der hat auch so einen nervigen Boost-Sound, ne Oder Motor-Sound Zwei auch noch von denen, alter ey, was für Vorlage Schön Oh, doch noch nicht so gute Vorlage Ja Danke Vorlage Vorlage Für die Hehehe Den habe ich Oh, den habe ich schlecht Okay Jens hat ihn Ähm, bin im Vor Okay Können wir uns angreifen Ähm Wir gehen erstmal drüber Ja Oh, komm Bleib hinten Ja Uh, Ball gekriegt, unnitro Zack Schön Tja, Zipfelkuh Zipfelkuh Wollten vielleicht sogar selbst fahren, aber Dafür reicht ne, der Skill auch Achtung, Mitte, 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 Mitte Ähm Äh, lass ihn einfach Jens Also, passt Zeit, ein bisschen Jetzt angreifen Schön Zwei Leute hast du da Zwei Leute damit genutzt Ach, mit Das war nicht Vorlage Japp, japp Schade Oh, geht der? Oh, blöde Zipfelkuh, alter Oh, das war eher deren Vorlage Oh nein, fuck, kack, fuck, kack Okay, der auch Ernst Ich hab keinen Vitro Ich kann nicht fliegen Schau nicht Alter, können die, können die auch mal richten Tor so? Danke Danke Nein Oh, sorry, Jan Wir haben's geschafft Die haben 20 Mal aufs Tor geschossen Oh, ich hab Jens den Ball weg Aufs Tor, du wohnst ein paar Mal mehr, ist okay Ja, find ich auch Oh Der geht nicht, oder? Ne, aber dann... Ich bin im... Okay Äh, ich weiß nicht, was ich tun soll Nein Nein Oh, oh Der war so schlecht Jens, du bist da, oder? Ja, okay Verkackt Sorry, Marco Alles gut Oh ja Okay, nach 34 Sekunden Hab ich's richtig verkackt Wollte ihn hier nach vorne klären Und auch noch Zipfelkuh Weißt du, wie kann jemand mit so'n sympathischen Namen So'n nerviger Typ sein, äh, Leute Und einen nervigen Sound Oh Klar, Jens? Entschuld Yes Das nimmt Zeit von der Uhr Nochmal springen Oh, schade Den hab ich Nicht? Schön Schön He 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 Ich weiß, das war die nicht mehr Ach, Jens Aufklag What? Aaaaaaah Schöner Versuch, Marco Oh, richtig gut probiert Shit Okay, Jens Gönnung Ich halte ihn in der Mitte Nein Oh, schade Aaaaaah Spannend, ey Ich halte in der Mitte, Kai Ja, ich hab, ja Shit Ich versuch's zumindest Schön Schön Hab verkackt Jens ist da He he Das ist immer ein Garant für's He 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 Äh, Marco, danke Oho, das war nicht so gut Mist Werden sie übernimmt Keine übernimmt Schade Oh, shit Aber ich hab Zeit, ich hab Zeit Ich hab bisschen Zeit Okay, Marco Ja, Jens, nochmal brühen Ja, und nochmal Schade Schade War schön Komm Ah, gut gemacht, Kai Ist jemand im Tor? Wieso seh ich nicht mehr im Tor? Nein Boah, der tankt uns beide weg Voll das Ziffel-Coachloch Nein, Achtung, Marco Oh, schön Oh, schön Kriegst du den, Jens? Nein, kein Hydro Nein, scheiße Oh, nein, sorry, Marco Ich krieg nichts hin Puh Okay, jetzt Erstmal wieder aufbauen Sehr schön Oh, das ist doch lächerlich Ihn abzufangen Schön Schade Jens, dein Ding Oh Nein Das ist doch nicht ernst Das ist doch nicht doppelt ernst Ah, von der Wand, ey Okay, ich bin hinter dir, Kai Okay Kein Nitro Ach Ach Gott, kacke Oh Geht nicht, Tim Oh, shit Doch, ich wollte ihn killen Zipfel-Kuh Ja Ja, schöner Schuss Marco Zack Abstauber Abstauber-König, Marco Schön hier Okay, das haben wir uns verdient, ey Die Jens, wie er sein Opfer sucht Die Jens, wie er sein Opfer sucht